Moin, Montag, Attacke in die neue Woche. Hier ist die verrückte Frau vom National Leadership Podcast. Sie heißt Anja Niekerken und ich freue mich, dass du zuhörst. Ja, ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit den René Treda interviewt. Der René Treda ist Mastermind hinter dem 7Mind Podcast. Kannst du ja mal googeln, 7Mind Podcast. 7Mind ist die Meditations-App der Stunde sozusagen. Also 7Mind, das ist eine App und damit kannst du meditieren. Bestimmte Ziele kannst du dich in die Meditation einführen lassen. Tolle Idee, super Start-up und die haben auch einen ganz tollen Blog und auch einen ganz tollen Podcast. Und der René, das ist, ja, Mastermind hinter dem Podcast und hinter den Blogartikeln. Den habe ich interviewt. Das Interview wird vermutlich im Dezember, wird das wahrscheinlich an den Start gehen. Ganz genau weiß ich das noch nicht. Oder, nee, Quatsch, warte, wir haben jetzt Oktober. Nee, dann geht das im November an den Start. So rum. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, dem habe ich eine ganz tolle Idee geklaut. Die wollte ich euch vorweg schon mal erzählen. Und zwar hat er in einem seiner Artikel geschrieben, dass auf die To-Do-Liste, wenn du gestresst bist, auf jeden Fall auch unproduktive Zeiten gehören. Das fand ich einen sehr spannenden Gedanken. Und zwar hat er gesagt, dass wenn du dich immer mehr durchoptimierst und immer mehr dich hochdrehst und hier noch zum Sport und das noch machst und das Buch noch liest und hier musst du noch eine Aufgabe erledigen und immer zielstrebiger wirst, dass dein Gehirn dann keine Pausen mehr machen kann. Und das stimmt. Und das habe ich ja, glaube ich, auch schon des Öfteren erzählt. Ich bin ja die Mittagsschlaf-Fraktion. Ich bin ja nicht so die Meditationsmaus. Aber das muss jeder für sich selber herausfinden, was so seine beste Möglichkeit ist, wie er sein Gehirn mal zur Ruhe kommen lässt. Und genau diese Zeiten, wenn es zu viel wird, solltest du dir auf die To-Do-Liste packen. Und zwar die Zeit fürs Nichtstun. Die Zeit fürs Nichtstun aktiv einplanen, damit dein Gehirn zur Ruhe kommen kann. Das fand ich eine ganz spannende Idee, unproduktive Zeiten auf die To-Do-Liste zu setzen. Was hat das mit der Montagsmotivation zu tun? Naja, wenn dein Gehirn zur Ruhe kommen kann, bist du montags auch wieder besser motiviert. Und manchmal ist es ja auch ganz schön, die Woche durchzuplanen und einfach mal die unproduktiven Zeiten zuerst zu planen und zu sagen, so Freunde, da mache ich mal gar nichts. Da könnt ihr mich alle mal in die Füße fassen. Da hat mein Gehirn Pause. Auch sowas macht Spaß und auch das gehört auf jeden Fall dazu, wenn du maximal produktiv sein willst. Ich bin maximal produktiv und wie gesagt, ich bin die Mittagsschlafmaus. Und ich schreibe mir das zwar nicht auf die To-Do-Liste, aber ich mache es immer. Wenn du Probleme hast, deine Auszeiten auch tatsächlich einzuhalten, pack es auf die To-Do-Liste. Unproduktive Zeiten kommen ab sofort auf die To-Do-Liste. Das war es für heute. Ich hoffe, es war was für dich dabei oder es war was für dich. Wenn nicht, dann lässt du dieses Häppchen auf dem Regal liegen und dann schaust du mal, was am Mittwoch wieder auf den Regalen liegt, was ich dann in die Auslage packe. Und vielleicht nimmst du das ja mit. Dann habe ich in der Auslage noch für dich 50% Rabatt auf das Natural Leadership Basic Seminar im Januar. Das heißt, du sparst 750 Euro, wenn noch Plätze frei sind. Ich nehme das Ganze hier jetzt noch vor dem Oktober auf. Ich weiß also aktuell gar nicht, ob noch Plätze frei sind. Aber ich hoffe es mal, dass noch Plätze frei sind. Oder hoffe ich das nicht? Nee, eigentlich hoffe ich, dass alle Plätze schon weg sind. Für dich hoffe ich in dem Moment, wo du das hörst, dass noch Plätze frei sind, dass du Bock hast, da mitzumachen, dich anmeldest, um dann ins nächste Jahr mal so richtig durchzustarten und mal zu gucken, wo sind deine eigenen inneren, selbstgesteckten Grenzen? Machst du genug Pausen? Was hast du so für Programme am Start? Dafür ist das Natural Leadership Basic genau das Richtige. Außerdem freue ich mich wahnsinnig, dich kennenzulernen. Ja, das soll es von mir dann gewesen sein. Die verrückte Frau ist raus für heute. Mein Name ist Anja Niekerken. Du hast den Natural Leadership Podcast gehört. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.